Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. In unserer Serie über das Markus Evangelium, Lektion 11, gefangen genommen und vor Gericht gestellt. Unser Merktext für diese Woche, und Jesus sprach, Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Markus Evangelium Kapitel 14, der Vers 36. Sonntag. Unvergesslich. Also diese Ereignisse, unmittelbar vor Jesu Tod am Kreuz, diese letzte Woche, wird derart breit und detailliert geschildert, dass es gewissermaßen ein Stundenbericht, was Stunde um Stunde geschehen ist. Und wenn man die Evangelien so liest, dann stellt man fest, die dreieinhalb Jahre, die werden grob abgedeckt, in ein paar Kapiteln. Aber für die letzte Woche Jesu hier auf Erden, Jutta, da wird jedes Detail breit, breit dargestellt. Denn hier kommt der Jesu Liebe zum Höhepunkt. Da wird es also deutlich, wie er in seiner Demutshaltung Dinge über sich ergehen lässt, wo man sagt, er ist doch der König des Universums, oder? Ja, ist er. Ja, aber er könnte ja doch dem allen entfliehen. Ja, könnte er. Ja, und warum lässt er es dann zu? Ja, weil er dich lieb hat. Und seine große Liebe hat eine Rettung im Auge. Und deswegen verzichtet er Stück um Stück auf Selbstverständlichkeiten, wo man sagt, ja, aber als König des Universums hat er doch ein Anrecht auf dies und das. Er wird sich doch nicht von denen, die er geschaffen hat, umbringen lassen. Doch. Genau das. Und in dieser letzten Phase haben wir hier eine Geschichte, wo Jesus gesalbt wird. Und gesalbt wurde ja immer einer, der dann verstorben ist. Und Jesus wird gesalbt vor seinem Tod. Weil es hier eine Frau gibt, die gehört hat, der wird sterben. Jetzt salbt sie ihn im Vorhinein. Als Einzige. Und zwar in so einer verschwenderischen Art und Weise, wie das andere beurteilen. Dass sie so etwas Kostbares von einer Salbe kauft, wo ein Jahreslohn dafür aufgewandt werden musste. Also nicht was du ersparst in einem Jahr, sondern was du verdienst, erntest, erwirbst als Lohn. Also das ist unvorstellbar. Die muss also ihre Lebensersparnisse dafür hergegeben haben. Alles was sie hatte. Um diese Salbe zu kaufen. Und dann kriegt Jesus alles auf einmal. Nicht, dass sie nur ein bisschen was davon nehmen und sagt, das spare ich für mich oder für andere. Nein. sie gibt alles für Jesus. Und erntet damit mancherlei Kritik. Mancherlei Kritik. Was für eine Verschwendung. Das hätte man ja ganz anders einsetzen können. Aber Jesus sagt, lasst sie. Sie hat es für den Tag meines Begräbnisses getan. Und diese Maria Magdalena, was erlebt sie? aufgrund dieser ihrer Handlung. Als Jesus gekreuzigt wurde und als er dann auferstand, wem ist er als erstes erschienen? Dieser Maria Magdalena, die alles gegeben hat, was sie hatte, dachte sich, was brauche ich noch? Wenn der stirbt, soll er wenigstens noch eine Salbung erfahren haben. und es gibt ja diesen Spruch, schenk Blumen während des Lebens, auf den Gräbern sind sie vergebens. Wie viele Frauen hätten sich wohl von ihren Ehemännern so manches Mal einen Blumenstrauß gewünscht, der nicht kam. Und dann steht so ein Strauß geflochten in einem Kranz, in einem Bouquet auf dem Grab, wo sie schläft. Schenke Blumen während des Lebens, auf den Gräbern sind sie vergebens. Und darum hat auch diese Maria Magdalena die Salbung nicht am Toten, sondern am lebenden Jesus voll zu. den Toten war es dann schwieriger, weil diese Handlung dann nicht mehr möglich war am ersten Tag der Woche am Sonntag, weil er nicht mehr da war. Montag, das letzte Abendmahl. Also die Stimmung, die war ganz eigenartig. Irgendwie merkte jeder, es liegt etwas in der Luft. Sie hatten zwar vorher erlebt, wie Jesus im Triumphzug hier in Jerusalem auf dem Esel einreitet und Könige, die gekrönt wurden, ritten in Jerusalem auf einem Esel ein. So war das bei der Krönung Salomos. So war es vorausgesagt vom Propheten Zacharja. Siehe, dein König kommt zu dir, reitet auf einem Esel. Jetzt hat sich das erfüllt. Wird er jetzt also doch König von Israel werden? wie sie meinten? Andererseits spürten sie bei diesem letzten Abendmahl, das ist mein Blut, sagt Jesus, über den Traumsaft. Dann sagt er, das ist mein Leib, also das Brot bricht, Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Er sagt, er wird gehen. Und wo er hingeht, werden sie nicht nachkommen können. also das sind so ganz eigenartige Formulierungen. Und irgendwo spürt jeder, es liegt eine Spannung in der Luft. Was wird da jetzt kommen? Es kam das Größte, nämlich dieses Opfer Jesu. und er hat dieses Abendmahl, diese Feier eingesetzt als Erinnerungsfeier, als Gedächtnisfeier. Wofür? Was es ihm gekostet hat, das auf sich zu nehmen. Denn das ist für uns nicht nachvollziehbar. Denn wenn du die Macht hast und sie freiwillig aus der Hand gibst, wer tut das? Nicht wenn Politiker in einem demokratischen Land nach einer Wahl den Sessel räumen müssen, weil eine Oppositionspartei jetzt die entsprechenden Stimmen bekommen hat, dann ist das schwer für die Sessel Kleber von Politikern. Der räumt den Sessel nur, wenn er wirklich muss. Und wenn er viel verliert und dann die Chance hat, mit anderen sich zusammen zu tun von einer anderen Partei, dass er trotzdem wieder gewählt wird als die Nummer eins, als Premierminister, als Kanzler, wie viele da alles tun und allem zustimmen, nur damit sie wieder die Nummer eins sind. Und Jesus als König des Universums verzichtet auf dies, auf das, auf das, auf das und geht ganz, ganz, ganz tief hinunter. Und darum dieses Gedächtnis machen, dass wir nie vergessen, diese freiwillige Selbstdemütigung, die er da auf sich genommen hat. Dienstag geht sie mani. Wir sind im Markus Evangelium Kapitel 14, die Verse 32 bis 42. Also wenn man wenn man einen Bibeltext mit Ehrfurcht lesen sollte, dann diesen. denn was sich hier abgespielt hat, in diesem Garten voller Ölbäume, Olivenbäume, das können wir gar nicht ermessen. Die Tragweite, die Wirksamkeit, die Nachhaltigkeit. Denn hier konnte Jesus noch einmal ausweichen und sagen, na eigentlich will ich nicht. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Papa im Himmel. Das ist mir zu steil. Das ist es mir nicht wert. Denn wenn ich mir die betrachte, die jetzt meine engsten Mitarbeiter da sind, der wird mich verraten und verleugnen. Was er erleben wird in diesen letzten Stunden und für die soll er sein Leben einsetzen und Jesus ringt hier im Gebet in dieser Nacht, in dieser letzten Nacht, wo er gefangen genommen werden wird. Und er geht genau wieder an diesen Punkt, an diesen Platz, wo Judas weiß, dass er dort sein wird. Wenn er in dieser Nacht woanders hingegangen wäre zum Schlafen, Judas mit all den Soldaten ins Leere gelaufen, wäre es sehr einfach gewesen. Hätten ihn nicht gefunden. Aber Jesus geht bewusst dorthin in diesen Garten, wo er vorher auch immer übernachtet hat, damit ihn Judas sicher findet. Und dort in diesem Garten betet er. Mein Herr, mein Vater, Abba. Es vertraute Anrede. Wie es Kinder gegenüber ihrem Papa machen. Es ist eine sehr enge vertraute Beziehung. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, mein liebevoller Papa im Himmel, eine andere Möglichkeit, dass die Menschheit gerettet werden kann, dann würde ich die natürlich bevorzugen, als diese schmachvolle Erniedrigung, die jetzt kommt. Er weiß ja, was kommt. Er kennt die Menschen sehr genau. Und dadurch ist es umso schlimmer, wenn du es genau weißt, du hast keine Ahnung davon, tappst du einfach hinein und dann kommt sie über dich. Aber er weiß, was kommt, er könnte dem ausweichen, was kommt, und lässt es trotzdem an sich geschehen. Das ist unglaublich. Dreimal hat er hier gebetet. Und da es klar wird, es gibt nur diese eine Möglichkeit, um die Menschheit zu retten, um dich zu retten, dann sagt der Herr, dein Wille geschehe. Ich will retten. Koste es, was es wolle. Und wenn es keinen anderen Weg gibt, dann gehe ich diesen Weg, den Schrecklichsten, den man sich nur denken kann. also, was sich hier abgespielt hat, in diesem Garten geht sehmane. Da, da ließ mit Ehrfurcht, was sich da ereignet hat. Es ist überwältigend. Hier hat sich das Schicksal unserer Menschheit entschieden. Hier, in dieser Nacht, in diesem Garten, da ist es passiert. Genau da. Mittwoch. Alles zurücklassen, um von Jesus wegzulaufen. Wir sind im Markus Evangelium Kapitel 14 bei dieser Gefangennahme. Und wir lesen hier ab Vers 43 bis 52 und da heißt es und zugleich, als er noch redete, nämlich zu seinen Jüngern erschien Judas, der einer der zwölf Jahre war und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöckchen gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Die sind die Auftraggeber. Und der ihnen verriet, der Inferit, nämlich Judas, hat ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, nämlich auf die Wange, der ist, den er greift und führt ihn sicher ab. Was? Was für eine Art. Ein Kuss ist ja ein Freundschaftsbeweis. Und als er nun kam, traut er sogleich auf Jesus zu und sprach Rabbi, Rabbi und küsste ihn. Sie überlegten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, der dabei stand, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Petrus hat hier Tränke schlagen, er wollte seinen Meister verteidigen, er war immer ein Mann der Tat, schnell, abrupt, da wird nicht lange überlegt, da wird gehandelt. Richtiger Unternehmertipp. Und Jesus ist schon gefesselt. Ein Aufschrei, das Ohr fliegt zu Boden, landet im Staub. Jesus ist gefesselt, befreit sich von seinen Fesseln, als ob er nicht gefesselt wird. Da wird also schon wieder mal etwas deutlich. Wenn er nicht verhaftet werden möchte, dann können die ihn fesseln, wie sie wollen. Entledigt sich der Fessel, bückt sich, hebt das staubige Ohr auf, mit voller Blut und ohne Sterilisation, ohne irgendetwas. gibt es wieder hin. Und wird alles in Ordnung. Das muss man sich vorstellen. Maximilian Janscher hat diese Szene hier in diesem Dunkel der Nacht dargestellt. Hier sehen wir Jesus und Judas und Petrus, der hier mit dem Schwert reinschlägt und da sehen wir die Soldaten und die Fackel, die das alles beleuchtet. der Wind kommt also von hier und insgesamt gesehen als eine schaurige Stimmung und dieser Schwung, der da hineingebracht wird, er möchte verteidigen und Jesus heilt. Wenn also später einer gesagt hat, ich habe nicht gewusst, dass das der Messias ist. Doch, spätestens in dem Moment haben sie es alle gewusst. Spätestens jetzt, wo Jesus dieses Ohr heilt, weiß jeder, wen er da im Begriff ist, zu verhaften. Das ist das letzte Wunder, das Jesus tat. Er heilt das Ohr von einem, der ihn gefangen nehmen soll. Das ist unbegreiflich. Und er tritt aus dem Schatten der Bäume heraus und fragt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin's. Und als der Engel, der ihn vorher gestärkt hat, dort im Garten geht Zimmer neben, in der Jesus erscheint, strahlt Jesus in einem Glanz, in einem Lichterglanz, da fallen alle zu Boden. Zwar vor der Fesseler. Es hat zwei Beweise gegeben, wer er ist. Der Lichterglanz, wo alle niederfallen, bis der Schein wieder verschwindet. Und dann die Heilung. Jesus hat gezeigt, wer er ist. Damit es dann nicht irgendwie Argumente gibt, wo man sagt, naja, wenn wir gewusst hätten, sie haben es gesehen, sie haben es erlebt. Dass er der Messias ist. Donnerstag. Wer bist du? Das, was wir hier erleben, wie Jesus vor dem Ruhen Rat steht, und wo sie ihn dann fragen, wer bist du? und dann dezidiert der hohe Priester ihn unter Eid stellt und sagt, sage uns, ob du dieser Messias bist. Und Jesus bestätigt das. Jetzt wäre die normale Reaktion, wenn der das bestätigt, ja dann unter Todesgefahr. denn er weiß, wenn er das sagt, dass er der Messias ist, dann kann es vielleicht passieren, dass sie sagen, habt ihr die Gotteslästerung gehört, so wie es dann vor sich gegangen ist? ist ein Lügner, der sagt, er ist der Messias, obwohl es gar nicht ist. Er ist es. Jetzt kann man noch im letzten Moment in sich gehen und sagen, oh Entschuldigung, bist wirklich der Messias? Und wir dachten, du wärst ein Lügner, ein Betrüger, was immer, ja dann, nein, so reagieren sie nicht. Der Hohepriester zerfetzt sein Gewand, was er niemals hätte tun dürfen und stellt klar, der ist ein Gotteslästerer, macht sich zum Messias, obwohl es nicht ist. Doch er ist es. Aber diese Frage, die man da Jesus gestellt hat, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und dann sagt Jesus in Vers 62, Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also deutlicher kann es nicht mehr sagen. Bist du der? Ich bin's. Ich sitze zur Rechten des Vaters, Gottes des Vaters. Und ich werde kommen. Ich komme wieder mit all den Engeln. Die Wolken bilden für die Engel. Was steht dann? Da zerriss der hohe Priester seine Kleider. Normalerweise hätte er sein Herz zerreißen müssen und sagen, was habe ich nur gedacht? Wie verkehrt war ich nur unterwegs? Das ist ja schrecklich. Ich dachte, der ist ein Betrüger. Er bleibt bei seiner Meinung, obwohl er weiß, dass Jesus kein Betrüger ist. Er weiß es ganz genau. Denn Nicodemus hat schon in einer der ersten Nächte, da war einer vom Hohen Rat, gesagt, wir wissen, wir wissen, er hat nicht gesagt, ich weiß, wir wissen, du bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Wir wissen es. Und das wussten sie dreieinhalb Jahre vorher schon, nach den ersten paar Stunden und Tagen. Jetzt werden sie es nach dreieinhalb Jahren nicht wissen, wenn das ganze Volk es weiß. aber wenn du es nicht wissen willst, weil sich in dir etwas sperrt dagegen, kennst du das von dir? Du weißt es, aber willst es nicht wissen, nicht wahrhaben? Willst es nicht wahrhaben, obwohl du weißt, es ist so. Es wirkt sich negativ aus für deine Zukunft, in dieser Haltung zu verharren und es wirkt sich günstig, positiv für deine Zukunft aus, wenn du aufgrund deiner Erkenntnis sagst, ja Moment, wenn er der ist, dir dann schnell die Kurve kratzen. Wie ist das bei dir? Freitag, Zusammenfassung. All die Ereignisse in diesen letzten Stunden, bevor Jesus hier verhaftet wird, dann die Verhaftung und das Verhör vor dem Hohen Rat, all diese Ereignisse zeigen Jesus in dem Licht, was er in der Gethsemane für eine Entscheidung getroffen hat. Dort hat er gesagt, wenn es nicht anders möglich ist, dann mache ich das so. Dein Wille geschehe. Wie heißt das im Vaterunser? Haben wir da auch so eine Formulierung? Unser Vater, du bist im Himmel. Dein Wille geschehe. Das kannst du nur sagen, wenn du voller Vertrauen bist, voller Liebe bist, weil du dann weißt, wenn sein Wille geschieht, ist es für mich, sonst wärst du dich mit Händen und Füßen. Ja, der ist mächtig, der will, dass sein Wille geschieht, aber ich will was anderes. Aber wenn dieses Vertrauen da ist, dass alles, was er für dich plant, für dich ist, zu deinem Vorteil ist, getan, dieser Blick Jesu hier, wie er Petrus betrachtet und wie er dann zu ihm sagt, steck dein Schwert wieder ein. Denn wer zum Schwert greift, der wird durchs Schwert umkommen. Und damit kommt dieser Nichtkämpfer Standpunkt durch. Überlass es ist dem Höheren. Wenn der möchte, Jesus hat ja auch gesagt zu Pilatus dann, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, ja, dann würden meine Engel kommen und würden für mich kämpfen. Aber mein Reich ist nicht nur auf diesem Planeten. Das ist wesentlich umfangreicher. Es ist so schön zu sehen, wie Jesus über den Dingen steht und in seiner Liebe, in seiner grenzenlosen Liebe alles, alles unternimmt, damit wir wach werden und begreifen, wie sehr er dich lieb hat. Darum sind alle diese Dinge passiert. Darum hat er das alles zugelassen, damit in dir etwas keimt. Nicht dass du denkst, bah, so lieb hat mich der, dass er auf das alles verzichtet, an Macht und das über sich drüber fahren lässt. Nur damit ich gerettet werde, weil er so viel Interesse an meinem persönlichen Wohler gehen hat. Ist dir das schon aufgegangen? Bist verzittert bei dem Gedanken, was er bereit war für dich zu erleiden, damit du einmal dort bist, wo er ist. Oh, was für eine Herrlichkeit erwartet uns dort. Und was für eine Liebe von seiner Seite. Oh Gott, wie groß bist du. Danke, Herr, für deine Liebe. Glocke von